Wirkliches hoch Gesundheit Apfel Apfel Ok hier waren wir gerade Alter wie fieses Seite nochmal Ah Scheiße Also ich habe den Anfang jetzt nicht verstanden Ich habe eigentlich jetzt nur scheiße verstanden Toll ich kann hier nirgends ne Fackel hinstellen Ende der Welt Ja Genau Ende der Welt Fällst du runter Weder Zeit So viel gut was machen wir nur Ob sie mal kurz nen Snack essen Ähm ich würde sagen sie laufen da mal durch Ey da gibt's ja nochmal was Schon Oh dann läuft doch Gucken Oh da geht's nach oben Gucken Wieso benutzt du nicht die Stufen Guck mal Es ist Eisen Hallo Spinne Eisen Eisen tralalalalala Bigfoot sammelt es dir ein Ich werde mal Ja das ganze eh auch ne Ich werde mal hier Genau Durch drei Oh hier ist nochmal Kohle Oh Skelett von oben Skelett von oben Aua Er hat mich unter Beschuss Er hat mich unter Beschuss Ja du halt eine Kohle weiter während es mich beschießt Aua Aua Es geht auch Oh Entschuldigung Das war jetzt Du schieß auf mich Du schieß auf mich Du schieß auf mich Oh Oh was riecht denn da Ganz oder ruhig nach oben Hier ist noch ne unentdeckte Höhle Oh 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 Skelett in äh 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 ähm Rüstung Ach ne nur ein Leder Oh Mann ich bin da runter gefallen Warte mal kurz Hier hat's Kohle hier hat's Kohle hier hat's Kohle Am will Nicht nur du Ich bin schon bei 60 Kohle Echt krass Hier unten gibt's noch mehr Ach Guck da unten Da unten auch noch Hui Ah Da werde ich mein Haus erstmal richtig weg ausleuchten Oh schon wieder Gold gefunden Oh Sogar ganz schön viel Gold Nicht schlecht Lauf doch mal nicht durch Durch Oh warte mal äh Fackeln hab ich hier jetzt Ok ich geh mal ein bisschen weiter vor Ok hier Hier schon aus der Kasse Gut das war's dann sind wir hier durch Aber da war ich glaub ich nochmal im Gang oder? Ja Ja ich glaub schon Oh Entschuldigung Hau mich doch nicht Ich hab's doch grad gar nicht mit Ihnen Ich war grad ein bisschen sammelnwütig Bei wie viel Kohle bist du grad? Ähm Gleich fast 2 Stacks Gleich fast 2 Stacks Ich bin bei 2 Stacks Ich bin bei 2 Stacks Ja Deinen ganzen bin auch nochmal 21 Wirklich stolz Gar keine Rüstung Wer trainiert ne das ist keine Rüstung Wer trainiert ne das ist keine Rüstung Das ist Mutis Weil irgendjemand hat das Gold Da hat Eis Ah ne Oh da hat Kohle Oh wo bist du hin? Jona? Bitte wir sind hier Janik? Ja? Ja? Neb ich mal bitte Ja Moment ja Äh äh ich mach ich mal Jaa Weg fort Ähm Weg fort? Jaa? Ähm Ähm Die Höhlen hier sind sehr weitläufig Falsch Individuum der Kohle Frag ich mit Guck mal wo ich hier stehe Hier gibt's 1 2 3 Gänge Ok Alles mal da hingehen Aber warte Ich hab noch ne Stadt und noch ne Schluch Noch ne Stadt und noch ne Schluch? Ja Sauber Alles abbauen was du findest Oh! Das ist ein Abgrund Sogar die Dorfbewohner mit Verbrauchen Genau Ähm nimm's an die Leine Und dann äh führst du mal hier ja Ah fahrt tot Oh 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 Der weiß wie da oben überall Kohle Das will ich nicht Au 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 verdammt Bigfoot Aua aua Ah Mh Mann Ich hatte die blöden Skelette Äh Ich sag doch lass doch zusammenlaufen Aber du kannst ja dich auch nicht warten Ja ich Ja wo bist du? Ein Hose und ein Altenbar Ja ich war da in diesem Hauptgang Hinter dir hinter dir Ich hab da Kohlen gehoppern Ich hab kein Schwert dabei Ich hab mir drauf Aber ich soll auf dich warten Du hast kein Schwert Aber ich soll auf dich warten Ich hab einen Bogen Ah ok Ja aber im Schieß Mh Mh Mein Bigfoot Da ist er neben Äh was haben wir hier? Tack Das ist nicht Ist hier Eisen Ja Nein das ist schon wieder Oh oh Ah ok das kann man abbauen Gut Oh noch eins Oh noch eins Hallo Aua Ein Skelett Ein Skelett Aua 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 Dann versteck dich Lass ihn ins Eck kommen Ich greif ihn mir dann Aua Ich hab nur noch anderthalb Ich hab nur noch anderthalb Ich hab nur noch anderthalb Ey ich ess erstmal was Und Nein Nein Ich ess erstmal was Das ist jetzt nicht passiert Ähm Gudl ich komme sofort zu dir runter Ähm ja ich hoffe mal ich kann dem Skelett hier ein bisschen Abholen Weil sonst bin ich nämlich auch tot Hatte Werkzeuge Wow wo zum Henker kommst du her Sag mal wo kommst du denn her Ja das hab ich mir grad echt gedacht Das spring grad irgendwo von oben runter Ja das hab ich mir schon mal 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 kurz Also Bigfoot wenn ich's schaff dann sammle ich deine Sachen kurz ein gell Ähm Janik kannst du mir mal kurz sagen wie ich zum Gudl komm Wir sind gerade in die richtige Richtung, da muss man nur auf mehr an den Seiten knappe eine Steuung per Bewerb. Oh oh, wie cool, ich kann nicht mehr fragen, ich bin voll. Ja, ich versuche hier zu dir zu kommen. Hast du dich schon wieder betrunken, Gurdel? Was heißt hier schon wieder? Immer noch? Janik, hallo. Ja. Wo muss ich denn jetzt lange? Wo muss ich denn lange? Ich werde zu kurdeln, ich habe ein bisschen schon noch. Ah, ich brüttel mich da einfach runter. Das ist wirklich so eine gute Idee, dich da runter zu brütteln. Brüttel mich da runter. Oh, Kohle! Gott, ich brüttel mich da runter. Oh, Kohle! Sorry. Sorry. Brauchen wir mal auf. Wärts denn noch so lange durchhalten, ne? Ich glaube, das geht schon. Ähm, ich... Ich höre halt nur lauter... ...sachen um mich hier rum, aber... Und da kommt ein Zombie mit einer Schaufe. Oh, Eisen! Oh, Eisen! Nein, oder? Jetzt guck mal, wie du da wieder runter kommst. Boah. Lass uns mal, wo du gewesen bist. Aber wie gut die Nachricht daran ist, ich habe 18 Kohle und 6 Eisen gefunden. Bigfoot, äh, du hast Werkzeug dabei, oder? Ich habe nur eine Eisenschlüsse dabei. Weil ich komme nämlich gerade ohne irgendwas komme ich nämlich jetzt da runter. Ich bin schon auf dem Weg. Oh, weiß. Schon, ich habe mir hier ein Loch runtergegraben. Oh, du brauchst vielleicht noch, ähm, eine Stiefel? Ähm, ich bin schon hier unten, Janik. Ich habe einen Sattel gefunden. Sauber! Dann kann ich ja Bigfoot zu reiten. Ich kann meinen Esel mal reiten. Yay! Reiten! Ja, wie soll man das denn sonst sagen? Machen wir mal mit denen, äh, wie... ...der jungen Leute mit ihren Vorstellungen vom Leben. Oh, 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 oh. Anik, wo muss ich denn langsam durch überhaupt zum Gurtel kommen? Aber bitte diesmal genau. Schau gerade auf, weiter. Dann noch einen kleinen Stücks nach oben. Genau, genau, hier steht. Weiter rechts geht nicht, hier ist jemand. Äh, ihr seid jetzt in der Wettbewerde, jetzt bei jemandem. Beineinander aber trotzdem, äh, weit von uns entfernt. Okay, ich bin jetzt da, wo wir den Gang gegraben haben. Kann einer meinen Verzauberungsfisch bauen, wo man Level 30 verzaubern kann? Also Bücherregale bauen jemand. Ja, ich hab schon ganz viele Bücher gebraucht auch. Ja, ich bin nämlich Level 30 und ich würde gerne verzaubern. Ja, das war ich vorhin auch fast Level 30. Ja, und ich bin's immer noch. Ich bin ja in der Villenruhe. Richtig. Ich bin grad an der Stelle, wo wir vorhin, ähm, Eisen gefunden haben und das nicht abbauen konnten. Der Stelle bin ich jetzt. Ähm. Glaube ich, ach, ich spring gleich echt in die Lava. Ja. Also ich hab hier auch einen riesen Arbersee. Cool. Ey, das kotzt mich voll an wegen den 8 Dias. Das sind nur 8 Stück. Sagt der, wo man wahrscheinlich schon 20 gefunden hat. Das sind nur 8 Stück. Ja, ich leite mich doch mal an. Bitte. Au, Janek, los, mach. Ich muss gerade kämpfen. Ich muss gleichzeitig sein. Das ist ein Schrocker. Ich werde auf den Met ganz mal beieinander, oder? Nee. Ich kann auch nicht weiter in die Richtung. Nein, nein, nein. Ein, 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 ein. Ja, da. Jetzt könnt ihr euch bald entgegenkommen. Ja, 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 ja. Komm in meine Arme, Bigfoot! Alter, das bringt ja nix mehr ohne Karte. Der leitet mich hier ein Scheiter an. Ja, das Problem ist, wir können auch in verschiedenen Ebenen sein, das sieht er ja nicht. Super, aber ich ziehe hier gar nichts. Ich hab keine, ich hab keine Fackeln, ich bin einfach rausgegangen. Ich hab auch keine Fackeln, ich bin einfach hier unten. Boah, ein Block weiter und ich... Oh, wer waschelt denn da mit seinem Headset? Da sind wir doch in die Richtung hier gegangen. Hallo! Stimmt, das war hier die Sackgasse und dann bin ich hier wieder zurück. Und wo sind wir dann hingelaufen? Mist. Super, mein Spittag ist am Arsch. Ich komm jetzt nicht mehr raus. Und ich hab Hunger, ich sterb gleich wieder. Und ich hab Hunger, ich sterb gleich wieder. Ich bin eben kurz weg. Ich bin eben kurz weg. Jupp. Ich bin eben 5 Minuten weg. Jupp. Ich sterb an Hunger. Ja. Ich sterb auch, ich hab noch 2,5 Minuten. Und du? Ich hab noch 6 Minuten. Ja, super, was bringt mir das? Wenn mich keiner retten kommt, wenn keiner die Sachen hat. Super. Toll, ich hab Eisen gefunden, was mir jetzt sehr viel bringt ohne Eisenspitzhacke. Oder ohne überhaupt nur Spitzhacke. Da ist Kohle. Hier hat einer irgendwie einen Goldblock stehen lassen. Da ist noch mehr Kohle. Noch mehr Kohle. Eiii. Bigfoot macht ja nichts draus, der steht bei mir auch gleich dran. Ey, ich hab Bigfoot Zwergmann gefunden. Bigfoot ist dran, man. Boah, man stirbt gar nicht gern. Bald darf ich mir das Zeugteil nochmal zusammensuchen. So, also deine Werkbank hab ich. Gut. Ihr braucht dann nicht mehr zoomen. Ich gerne. Ah, ich weiß wo ich bin. Ich hab hier die Mine gefunden vom Jona. Das heißt, ich bin hier komplett falsch. Bigfoot, warte, ich schmeiß mich in die Lava, dann bin ich auch wieder oben. Wuiiii. Yay. So. Jetzt reicht's. Jetzt wird Ausrüstung geschäffelt hier. Ach, dann bin ich meine Runde. Nein, hab ja nichts mehr zu lassen. Cool. So. So. Alter, ich muss mich erstmal an einen Anblick gewöhnen, dass da Yoda steht. Ich drehe mich um, guck. Ich muss mich da auch noch wieder eisen. Ich gehören. So. Ja. Ich verschworte ihn. So. Dann könntest du sicher. So. 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 Aua!